Pferdehof am Spitzberg. Reitunterricht, Beritt- und Aufzucht, Reitferien oder Kindergeburtstage. Dem Pferdeliebhaber sind keine Grenzen gesetzt. Die Bedeutung ist eine große Herausforderung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Okay. Okay. Das ist ein vom Sattler ist das, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.